Hey Freunde und Damen und Herren, herzliches Willkomm... Ich bin hier unten, unten links, äh... Ich hab Kamera schon verschoben. Hi! Hey Freunde und Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei eurem Tür, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Friday Night Funkin! Im letzten Stream haben mir extrem viele von euch nahegelegt, doch mal bitte die Capi-Mods zu spielen. So, passt auf, wir wollen gleich eine Sache klarstellen. Einige haben gesagt, es wird Capi ausgesprochen, oder Capi oder Capi... Es wird Capi geschrieben. Ich bin mir nicht sicher, was richtig ist. Bitte hatet mich nicht. Bitte. Auf jeden Fall haben mega viele den Mod vorgeschlagen und gesagt, die Songs sollen krass sein. Wir werden es heute zusammen rausfinden. Lasst ihr gerne mit mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Schaut gerne in meinem Merch-Shop vorbei. Da sind mega nice Designs und das Zombie-Design ist wieder da, was sich viele zurückgewünscht haben. Und ihr könnt aktuell 10% auf euren kompletten Einkaufssparen mit dem Code Hülfer 10. Ihr wisst es, Link in der Beschreibung. Guckt gerne mal vorbei. Okay, und wir stellen uns jetzt dem Ganzen mal, wir haben irgendwie 5 Songs in diesem Mod. 5 Songs. Wir haben gegen... Capi... Gott, das mit dem Namen wird mir noch zum Verhängnis werden. Auf jeden Fall haben wir 4 Tracks gegen Capi und dann haben wir unten nochmal einen Song gegen irgendwen. Keine Ahnung. Wir gehen da jetzt direkt rein. Die Songs sollen ziemlich fetzen, wie ich gehört habe. Deswegen gehen wir natürlich auf hart, weil... No risk, no fun. Das ist mein Motto. Bevor wir jetzt aber in die Mod reingehen, Leute. Nicht vergessen, auch auf meinem Twitch-Kanal vorbeizuschauen. Link ist unten in der Beschreibung. Ich bin auch jetzt gerade, wenn ihr dieses Video schaut, wieder mal live. Deswegen guckt euch entspannt das Video an. Kommt danach gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei. Wir wollen da ja gerne noch 10.000 Follower voll machen. Link in der Beschreibung. Kommt einfach rein. Und da können wir uns gleich auch noch sehen. Ja. Ja. Ja, bis gleich. Okay, Leute. Das Ganze geht... Oh, geht direkt los. Ah, hey. Yo. Lange nicht gesehen. Was? Kapi? Ist das ein Wolf, Digga? Was ist das? Ah. Hast du deine neue Freundin auf den Date mitgenommen? Ja. Klar, was ist los? Was soll das? Hä? Wie? Zu heiß für mich. Was soll das jetzt? Ja, der Typ will uns also unsere Freundin ausspannen. Das geht natürlich nicht. Direkt Stress. Direkt Stress, Junge. Komm! Was willst du? Okay, Freunde. Track 1. Müssen wir jetzt natürlich mies eins reindrücken, ne? Okay. Tracks klingen krass. Beat schon mal nice. Okay. Ich glaube, ihr habt nicht zu viel versprochen, Leute. Nice, nice. Let's go. Ja, okay. Okay. Oha, er ist auf so einer Tanzplattform oder was ist das, ne? Okay, das ist gar nicht mal so einfach. Okay. 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 Okay, aber nice. Oha! 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 Was? Also, das wäre für mich alter. What? Junkz! Oha! cheeks? Junkz, die mir unter��iefen。 Oha! Oha! Wir sind auf pelvis. One, das ist auch super. Oha! Oha! Also! Hey, jetzt bin ich schon auf die nächsten Tracks gespannt. Oh, ich bin dran! Okay. Weil das wird ja jetzt nur schwerer. Wir sind auf hart drin. Das wird spannend. Okay. Krass, come on. Und der Song heißt auch einfach, geht gut, glaube ich. Let's go. Ah, wenn Capi uns doch kennt. Ah, wir haben ihn fertig gemacht. Wenn Capi uns doch kennt, weiß er doch, mit wem er sich hier anlegt. Er weiß doch, worauf er sich einlässt. Tja, klar, wir machen einfach weiter. Direkt der nächste Track. Und er sagt, jo, erwarte nicht, dass ich es dir leicht mache. Hab ich nicht erwartet. Let's go. Im Hintergrund sind auch Skid und Pump. Nice. Die sind auch hier in der Spielarena, oder was? Okay, okay. Okay, nice. Doch, das war gut, das war gut. Wir haben wieder so ein bisschen Verzögerung in den Pfeilen, aber nicht so schlimm. Nice. Richtig gut. Okay, er hat es wirklich ernst gemeint, als er gesagt hat, er macht uns nicht leicht. Wow, das ist echt, ey, das ist der zweite Track, Leute. Oh. Wow, okay. Die Songs sind wirklich krass, wie ihr gesagt habt, aber für den zweiten Song ist es schon ganz schön saftig, ey. Okay. Ja, come on. Ich finde das mit dem Dancepad ultra cool. Okay, okay. Oh, das war Trick 2, okay, wir haben es geschafft. Puh, hey, gar nicht so einfach. Let's go. Oh. Was ist das jetzt? Oh, ihr Jungs. Ja. Come on. Ich habe dich doch fertig gemacht, sagt er. Ich glaube nicht, Bro. Ich glaube nicht. Haha, du machst wohl. Bitte. Ha? Hast wohl Spaß gemacht. Aber jetzt will er es uns wirklich zeigen. Bring it on. Okay, Leute. Track 3, come on. Oh, wir haben jetzt auch schon Zuschauer da unten rechts. Seht ihr das? Waren die eben schon da? Keine Ahnung. Okay. Ah, Beat klingt cool, Beat klingt cool. Come on. Oha. Nice. Stark, Alter. Yo. Kapi, bring die Beats, Leute. Let's go. Come on. Oha. Oh, wir sind gar nicht mal so gut. Ein bisschen Konzentration, bitte. Come on. Come on. Haha. Wow. Ja, okay, okay. Wir sind noch im Game. Alles cool, alles cool. Alles cool. Okay. Ey, es ist echt nicht so einfach. Track 3, gar nicht so einfach. Alter. Oh, shit. Alter. Okay, okay. Okay, ein bisschen langsam jetzt gerade. Ein bisschen Entspannung. Okay, holy shit. Okay, holy shit. Aber wir sind durchgekommen durch den Abschnitt. Die Songs sind richtig gut. Nice, ey. Nice, ey. Uh. Okay. So weit, so gut. Okay, wieder der langsame Abschnitt. Entspannung pur. Wenn man die Tasten trifft, heißt das. Ich hab den letzten... Oh Gott. War nicht gut, aber wir haben es geschafft. War nicht schön, aber selten. Okay. Oh, jetzt sind richtig viele Zuschauer da, die uns beobachten. Ja. Und Kapis Dance Pad hat wohl ein bisschen Schaden genommen. Ja, ich sollte mich wohl ein bisschen abkühlen, hat er gesagt. Ja. Aber es ist pures Entertainment. Ja. Und es sind jetzt viel mehr Leute da, die zugucken. Und... Die Arcade Arena macht bald zu. Ja. Wie wär's noch mit einem Song mehr, Kapi? Ja. Okay. Let's go. Hoffentlich kann ich sie dieses Mal beeindrucken. Hm. Ich denke nicht. Okay. Let's start. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, Vollgas. Holy shit. Ey, gibt einfach Vollgas. Kapi fängt einfach an und gibt Vollgas. Das habe ich auch Kapi gesagt. Kapi, Bruder. Oha. Was ist das für ein Song, Alter? Oha. Oha. Oha, come on. Bring it. Alter. Ultra crazy. Oha. Oha. Er wird langsamer. Oha. Oha. Doch nicht. Shit. Okay. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay, wir sind wieder im Game. Alter, das hat uns kurz fast fertig gemacht. Okay, wir sind jetzt elf. Keine Chance, wir haben ihn fertig gemacht. Boom. Hey, yo. Zack. Karpi hat Staub gefressen oder so. Boom. Okay, Leute, let's go. Wir haben Karpi einfach auf hart einmal komplett auseinandergerubbt. Er hat überhaupt kein Land gesehen. Der arme Kollege. Aber wir wollten ja nur ein bisschen unsere Freundin beeindrucken. War aber nichts, Digga. Okay, das war auf jeden Fall Karpi. Und wir haben ja noch irgendwie einen zweiten Charakter. mit nochmal einem Song, der ziemlich, ziemlich krass sein soll. Da jumpen wir einfach auch mal auf hart rein und gucken, was passiert. Müssen wir machen. Okay. Wer ist er denn? Mr. Stickman? Mr. Stickman? Was macht er denn hier? Okay. Hä? Ah, wir machen ihn fertig, oder? Ja, klar. Easy. Oh, Mist. Ich hab kurz nicht aufgepasst. Okay. Auch coole Beats. Yo. Ich bin verwirrt, Leute. Ich meine, ich bin überrascht, dass Mr. Stickman ist erstens mal. Den kenne ich nur noch von alten Gamecube spielen. Aber, ja, okay. Wir machen ihn mal fertig. Auf jeden Fall. Aber ist gar nicht mal so schwer eigentlich. Ich wollte gerade sagen, relativ schwerer Song, aber eigentlich ist gar nicht so schwer. Also Karpi war auf jeden Fall schwerer. Okay, nice. Okay, wird schwerer. Wird schwerer. Oh, damn. Okay. Oh, nice. Okay, aber das war's schon. Hey, okay. Ja, easy. Oh, ja, war ja gar kein Problem, ne? Nice, Leute. Okay, das war der komplette Karpi-Mod. Auf jeden Fall, Props gehen raus an alle, die es im Stream vorgeschlagen haben. Ein richtig, richtig nicer Mod mit richtig, richtig coolen Songs auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Hab gerne, wie immer, eure Meinung unten in die Kommentare, wie ihr die Mod fandet. Ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer, ihr habt viel Spaß mit dem Video. Und wir sehen uns natürlich im nächsten Video wieder. Vergesst nicht zu abonnieren. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Und bis dahin. Auf jeden Fall. 到 ohh vielleicht. Untertitelung des ZDF, 2020